Erinnerungen von Leuten, die damals Kinder waren, einen Spruch haben wir auch ausgestellt, wo dann die Eltern gesagt haben, am Königlberg, da darfst du nicht gehen, weil da sind die Flüchtlinge oben. Und das ist, sie haben es auch so gesagt, ich habe auch andere Sachen, ich glaube ich muss nicht alles ausbreiten, es ist leider so, dass man sich immer wieder schwer tut, wenn Fremde kommen, wo, wiewohl sie, die dort gewohnt haben, ja sogar Deutsch gesprochen haben und sogar das weggefallen ist, aber sogar das hat nicht ganz gereicht. In dem Sinn haben wir gesagt, Vertriebene treffen Flüchtlinge und ich freue mich sehr, dass heute auch eine Reihe von Bewohnerinnen und Bewohnern mit dem Koordinator von Pavillon 6 hier sind und aus dem Grund, weil einer, der jetzt am Pavillon 6 wohnt, das ist der Khalid, steht hier, gut, er porträtiert die...